Hallo, ich bin Felix. Ich werde dich durch diesen Lernzyklus führen. Wir werden uns in diesem Lernzyklus mit dem Runden von Zahlen beschäftigen. Damit du den Videos gut folgen kannst, solltest du die Stellenwerte vor und nach dem Komma bereits kennen. Außerdem solltest du dich auf dem Zahlenstrahl gut zurechtfinden können. Wenn du bei den beiden Themen noch etwas Hilfe benötigst, dann klicke auf die Videos oben rechts. Du kannst schon beides? Super, dann legen wir los. Zuerst möchte ich dir zeigen, wie viele Menschen in Österreich leben. Beide Zahlen, die du siehst, sind richtig. Aber welche von den beiden würdest du dir besser merken? Genau, 9 Millionen kann man sich leichter merken. Ich möchte dir noch ein Beispiel zeigen. Stell dir vor, du bist im Supermarkt und du hast schon einige Produkte in deinen Einkaufskorb gelegt. Nun möchtest du wissen, wie viel du noch in deinen Korb legen kannst, ohne dass du bei der Kasse zu wenig Geld hast. Dafür musst du dir zuerst ausrechnen, wie viel die Produkte in deinem Korb bereits kosten. Welche der beiden Rechnungen würdest du im Supermarkt lieber rechnen? Genau. Die Rechnung auf der rechten Seite ist schneller im Kopf auszurechnen. Da brauchst du auch gar keinen Taschenrechner dafür. Jetzt fragst du dich vielleicht, was mit den Zahlen aus den letzten beiden Beispielen passiert ist. Sie wurden gerundet. Und wie das Runden funktioniert, schauen wir uns jetzt genauer an. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Bevölkerungszahl vom ersten Beispiel. Schreib dir die Zahlen 9 Millionen 159.993 auf und schreibe über jede Ziffer ihren Stellenwert. Drücke kurz auf Pause, bis du fertig bist. Das sollte jetzt so aussehen. Als nächstes zeichnest du dir mit einem Lineal einen Ausschnitt des Zahlenstrahls. Drücke dafür auch kurz auf Pause. Ganz links markieren wir uns 9 Millionen und ganz rechts 10 Millionen. Dazwischen zeichnen wir Hunderttausender Schritte ein. Wo würdest du die Bevölkerungszahl auf dem Ausschnitt des Zahlenstrahls einzeichnen? Zeige mit dem Finger dorthin, wo du denkst, dass sie sein sollte. Hast du in etwa dorthin gezeigt? Toll gemacht! Die beiden Pfeile zeigen dir den Abstand zu 9 Millionen und den Abstand zu 10 Millionen. Wie du sicher leicht erkennen kannst, ist der Abstand zu 9 Millionen viel kürzer. Wenn wir die Bevölkerungszahl also auf Millionen runden wollen, runden wir auf die Million, die näher an unserer Zahl liegt. In dem Fall runden wir auf 9 Millionen. Wir schreiben also 9 Millionen 159.993 sind gerundet auf Millionen 9 Millionen. Wichtig dabei ist, dieses Geschwungene ist Gleichzeichen. Das sieht zwar aus wie das Ist-Gleichzeichen, aber es ist doch ein anderes Symbol. Wir nennen es das Rundungs-Symbol. Ist-Gleich würde hier ja nicht passen, denn Gleich sind die beiden Zahlen ja nicht. Ich habe gute Nachrichten für dich. Wir müssen nicht jedes Mal einen Zahlenstrahl zeichnen, um eine Zahl zu runden. Wir müssen uns nur ein paar wichtige Regeln merken. Und die erkläre ich dir gleich. Schauen wir uns die Zahl 253.401 an. Zu Beginn schreibst du dir wieder die Stellenwerte über jede Ziffer drüber. Drücke dafür kurz auf Pause. Wir wollen diese Zahl auf Tausender runden. Dafür markierst du dir die Tausenderstelle und schaust auf die Hunderterstelle. Auf der Hunderterstelle steht die Ziffer 4. Um es besser zu verstehen, zeichne ich dir nochmal einen Ausschnitt des Zahlenstrahls auf. Ganz links steht 253.000 und ganz rechts steht 254.000. Dazwischen sind Hunderter-Schritte. Wie du sicher leicht sehen kannst, sind die Hunderter 1, 2, 3 und 4 näher an 253.000. Und weil wir wie bei der Bevölkerungszahl vorhin auf die nähere Zahl runden, runden wir auf 253.000 ab. Du kannst dir also merken, bei 0, 1, 2, 3 und 4 runden wir ab. Unsere Zahl wird also, wenn wir sie auf Tausender runden, zu 253.000. Und wir schreiben 253.401 ist gerundet 253.000. Probieren wir das noch einmal bei der Zahl 344.712. Drücke auf Pause und schreib dir die Zahl mit den Stellenwerten auf. Wir wollen die Zahl wieder auf Tausender runden. Markiere dir die Tausenderstelle und schaue auf die Hunderterstelle. Auf der Hunderterstelle steht die Ziffer 7. Wie du auf dem Ausschnitt des Zahlenstrahls sicher wieder gut erkennst, sind 6, 7, 8 und 9 näher am nachfolgenden Tausender. Da runden wir also auf 345.000 auf. Merke dir also, bei 6, 7, 8 und 9 runden wir auf. Unsere Zahl wird also, wenn wir sie auf Tausender runden, zu 345.000. Wir schreiben 344.712 ist gerundet 345.000. Zuletzt werfen wir noch einen Blick auf die Zahl 452.972. Wir wollen sie auf Hunderttausender runden. Dafür markierst du dir wieder die Hunderttausenderstelle und schaust auf die Zehntausenderstelle. Auf der Zehntausenderstelle steht die Ziffer 5. 5 liegt auf dem Ausschnitt des Zahlenstrahls genau in der Mitte. Da könnten wir also ab- oder auch aufrunden. Damit alle Mathematikerinnen und Mathematiker dieser Welt in dem Fall das gleiche machen, machen wir uns aus, dass wir bei 5 auch aufrunden. Merke dir also, bei 5 runden wir auf. Wenn wir unsere Zahl auf Hunderttausender runden, wird sie also zu 500.000. Und wir schreiben 452.972 ist gerundet 500.000. Du hast nun die grundlegenden Dinge zum Thema Runden gelernt. Im Basic Video wirst du bereits selbst aktiv werden. Ich hoffe, dich dort auch wieder zu sehen. Bis dann!